Ja, wir waren nicht schnell genug, hier noch einen zweiten Song rauszusuchen. Wir haben mir gerade von der Website von YayNewRecords Sachen runtergeladen. Völlig egal, ohne uns in die Illegalität zu bewegen. Ja, wir strecken hier mit absolut legalem Garn. Genau, und wir wollen nämlich jetzt, hier sind die Räuber. Ja, im Endeffekt sind das immer die, es sind verschiedene Namen pro Lied. Deswegen heißt es, da sind die, ist das so trickreich ausgeblockt, wie nennt man das, ausgelöscht. Die Buchstaben fehlen. Ja, ich denke mal, wenn wir hier bei Punkrockers Radio sind, sind wir mit Altbeerräuber schon am richtigsten. Das ist halt richtiger Düsseldorfer Kneipen. Alles wird gut, Altbeerrock. Ok. Es gibt noch, was heißt Oktoberfestparty mit den Weißwurst-Räubern und Jamaika-Räuber mit Babylon. Sollen wir die mal hören hier? Jamaika-Räuber? Dann machen wir die Kiffermucke. So, jetzt gibt es mal Kiffermucke. Da, Jamaika-Räuber, Babylon. Erschienen auf, äh, J- Ich bin Biene und das ist J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-